In Diablo 4 können wir uns in der Vorbesteller-Beta einem richtig coolen Weltenboss stellen. Allerdings nur zu ganz bestimmten Zeiten und das schauen wir uns einmal kurz an. Weltenbosse sind besonders starke Höllendämonen, die wir nur zu ganz bestimmten Zeiten bekämpfen können. Bei den Raids sind wir auf andere Spiele angewiesen und werden mit zum Teil seltenem Loot belohnt. In der Beta wird es erstmal nur einen einzigen Weltenboss geben. Ashever the Pestilent. Der gigantische Dämon der Pestilenz trägt zwei gewaltige Unterarmklingen, die sowohl Stein als auch Fleisch durchschneiden und den Boden mit einem tödlichen Gift überziehen können. Nach deutscher Zeit können wir sie am Samstag um 18 Uhr und um 20 Uhr sowie am Sonntag um 6 Uhr und um 8 Uhr bekämpfen. Der Boss kann unter anderem ein Item droppen, mit dem wir unserer Rüstung einen neuen Sockel hinzufügen können.